Also, ich habe heute Annette Frier hier entdeckt und ich muss gestehen, das freut mich ganz besonders. Was zieht ihr denn zu uns hier aufs Oktoberfest? Die drei Ladies. Können Sie die bitte mal einblenden? Diese drei Frauen. Und den jungen Mann an meiner Seite. Die sind so süß. Die sind so süß. Grüß dich. Wer bist du denn? Willi Daniel. Hi. Tagst du. Was ein wunderschönes Kleid. Ich habe dich schon erkannt. Du brauchst gar nicht denken, dass du hier einen Koffietung bist. Hab ich gedacht. Na ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Anhang gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Also, Ihnen gefallen Dirndl ganz gut. Wieso tragen Sie selber keins? Weil ich spontan gekommen bin. Ich hatte keine Vorbereitungszeit und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe es nicht in mein Hotelzimmer nach München mitgebracht, das Dirndl. Aber Sie haben einen Dirndl. Ich habe, meine Tochter hat eins. Ich habe keins. Nein. Nein. Hat sich nie ergeben. Okay, das hat es bestimmt irgendwer mitgekommen. Außerdem, ich bin ja Kölnerin. Ich habe alle möglichen Sachen. Spiegeleier, Büsche. Ich habe 35.000 Kostüme im Schrank. Aber da kommt man nicht aufs Dirndl in Köln. Das kommt bestimmt nochmal dazu. Ja. Und ansonsten, wie gefällt es Ihnen bei uns auf der Wiesn? Danke. Es ist ganz hervorragend und das Bier, das schmeckt wirklich super. Also, da muss ich ein Kompliment aussprechen. Also ein Bierdrecherin. Super. Dann würde ich mal sagen, stören wir nicht länger, wünschen ganz viel Spaß und lassen Sie es sich gut schmecken. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.